Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Wernherr von Braun, die Raketen. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Anmerkung zu den dunklen Phasen unserer Geschichte habe ich Stellung genommen im Vorwort zum Kapitel 1. Bei Interesse empfehle ich dort zuzuhören. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, Ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Außerdem will ich Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Wernherr von Braun und die Raketen Zunächst zur Biografie Wernherr Magnus Maximilian Freiherr von Braun wurde am 23. März 1912 in Wirsitz, Provinz Posen, geboren als Sohn des ostpreußischen Gutsbesitzers Magnus von Braun. Dieser war Reichsernährungsminister, 1932 in den letzten Weimarer Kabinetten, die Mutter war Emmi von Braun, geborene von Quistorp. Wernher von Braun war ein genialer Raketenerfinder und ein begnadeter Manager sowie ein Werber für die bemannte Raumfahrt. Er konstruierte maßgeblich die erste leistungsfähige Flüssigkeitsrakete Aggregat 4, später als V2 bekannt, und in Amerika über die Redstone-Rakete und die Jupiter schließt sich die Mondrakete Saturn V. Sein älterer Bruder Sigismund war Diplomat und zuletzt Staatssekretär im Außenamt. Sein jüngerer Bruder Magnus war Chemieingenieur. Schon als Junge bastelte er an Feuerwerksraketen und war von den Büchern von Jules Verne und Hermann Obert fasziniert. Er besuchte Schulen in Berlin und auf der Insel Spiekeorg, wo er 1930 auch Abitur machte. Danach experimentierte er mit Hermann Obert, siehe dort, bei Versuchen in Berlin-Reinickendorf mit Flüssigkeitsraketen. 1932 legte er sein Diplom als Ingenieur für Mechanik in Berlin ab und promovierte 1934. Weiteres zur Biografie von Wernher von Braun. Seit 1932 führte er Raketenversuche als Zivilist am Heereswaffenamt in Berlin-Kummersdorf durch. Ab 1937 war er technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde für die Entwicklung des Aggregat 4, die ab 1943 als V2, als sogenannte Vergeltungswaffe 2, in Großserie produziert wurde. Sie war die erste leistungsfähige Flüssigkeitsrakete, die 1942 eine Höhe von 80 Kilometern und 1945 sogar 200 Kilometern Höhe erreichte und damit das erste Objekt im Weltraum war. Das Bild zeigt den Start einer solchen V2 in Peenemünde 1942. Die Rakete trug in diesen Kriegszeiten aber anstelle eines Satelliten eine Tonne Sprengstoff. In Peenemünde arbeiteten auch Häftlinge und Ostarbeiter, was von Braun gewusst haben muss. Nach Bombenangriff 1943 wurde die V2-Serienproduktion unterirdisch in den Bergbau Mittelbau Dora im Südharz verlegt. Auch dort arbeiteten Häftlinge aus dem KZ Buchenwald mit geschätzt 12.000 bis 20.000 Toten. Insgesamt wurden 6.000 V2-Raketen gebaut, 3.000 wurden abgeschossen, davon 1.000 auf London und 1.000 auf Antwerpen, das war der Nachschubhafen der Alliierten. Die Sprengwirkung war nur mäßig, die psychologische Wirkung war aber groß, da es wegen der Geschwindigkeit von 4.800 Stundenkilometern keine Abwehr gab. Durch die schlechte Zielgenauigkeit gab es vor allem zivile Opfer, geschätzt etwa 8.000 Tote. Weiteres zur Biografie von Wernher von Braun. Am 11. April 1945 wurde Dora von Amerikanern besetzt und 100 A4-Raketen erbeutet. Diese Raketen und die unglaubliche Zahl von 492 deutschen Ingenieuren bildeten den Grundstock des amerikanischen Raketenprogramms. In der Operation Overcast wurden am 2. Mai 1945 Werner von Braun und Mitarbeiter in Tirol Gefangenen genommen und im September 1945 nach Amerika geflogen. In Fort Bliss in Texas sammelten sich die deutschen Experten, auch der Bruder Magnus kam dazu. 1946 heiratete von Braun seine Cousine, Conny Marie von Quistorp. Sie bekamen zwei Töchter und einen Sohn. 1955 wurden die Eheleute Staatsbürger der USA. Hier noch einmal eine große Runde. Ein Jahr weiter, 1946 in Texas, rund um Werner von Braun, viele deutsche Raketenpioniere und bereits einige amerikanische Raketenpioniere. Nach dem Kriege demobilisierte Amerika und das Raketenprogramm lief nur noch auf Sparflamme. Erster Korea-Krieg ab 1953 brachte einen Aufschwung. Die Redstone-Rakete wurde in Huntsville, Alabama aus der V2 entwickelt. Ab 1957 wurde an der Jupiter-Rakete als Nachfolgerin der Redstone gearbeitet. Parallel dazu warb von Braun populär für die Raumfahrt unter anderem mit Walt Disney im Fernsehen und propagierte Flüge zur Kolonisation auf Mond und Mars. Weiteres zur Biografie von Werner von Braun. Am 4. Oktober 1957 startete die UdSSR mit Sputnik, den ersten künstlichen Satelliten. Die USA waren erst am 1. Februar 1958 mit einer Jupiter-C-Trägerrakete und dem Explorer 1 erfolgreich. Als Konsequenz daraus wurde die Konkurrenz der Teilstreitkräfte beendet und als zentrale Koordinationsstelle 1958 die NASA gegründet. 1959 wurde von Braun mit seinem Team übernommen. 1960 bis 1970 wurde er Direktor des Marshall Space Flight Center Alabama. 1961 brachte die UdSSR mit Yuri Gagarin in einer Vostok-1-Kapsel den ersten Menschen in eine Erdumlaufbahn. Drei Wochen später folgte Alan Shepard mit einem nur suborbitalen Flug. Am 25. Mai 1961 programmierte Präsident Kennedy hier im Bild den Flug zum Mond als Ziel. Über das Mercury- und Gemini-Programm kam man zu Apollo, an dem zuletzt 40.000 Menschen arbeiteten. 1967 startete die erste Saturn-5-Rakete mit Apollo 4. Von Braun's größter Erfolg war die Mondlandung von Apollo 11 am 21. Juli 1969. Von 1970 bis 1972 war er Planungsdirektor der NASA. Seine visionären Flugpläne zum Mars wurden wegen Budgetkürzungen, es kam jetzt der Vietnamkrieg, gestrichen. Abschluss der Biografie von Werner von Braun. Er verließ die NASA und wurde Vizepräsident von Fairchild, einem Raumfahrtunternehmen. Dort propagierte er unter anderem Kommunikationssatelliten. 1973 wurde bei einer Routinekontrolle ein Nierenkarzinom links entdeckt und operiert. 1975 wurde jedoch ein Darmtumor entdeckt und operiert. Hiervon erholt er sich nicht mehr. Ab Dezember 1976 ging er in den Ruhestand, war jedoch von da an ständig im Krankenhaus und verstarb mit 65 Jahren am 16. Juni 1977 in Alexandria, Virginia. Zum Werk von Werner von Braun und seiner Wirkung. Werner von Braun war ein genialer Ingenieur, der die erste Weltraumrakete entwickelte. Es war eine Flüssigkeitstreibstoffrakete mit zwei stabilisierenden Kreiselsystemen, zwei Gyroskopeln. Hier im Bild ein Schnittbild dieses Aggregat 4 der V2-Rakete. Als Treibstoffe wurden benutzt 75%-iger Ethanol und Sauerstoff. Heute werden auch Hydrazin, Kerosin, Wasserstoff-Superoxid und andere benutzt. Die von ihm maßgeblich mitentwickelten Nachfolgemodelle führten bis hin zur Mondrakete Saturn V. Daneben war Werner von Braun ein Visionär für die bemannte Raumfahrt und ein hervorragender Manager großer industrieller Komplexe sowie ein populärer Werbemagnet für die Öffentlichkeit. Das vorige Bild zeigte das Schnittbild der Rakete. Hier ist die erste Großrakete tatsächlich zu sehen auf der Startrampe 1942. Das ist die Nachfolgerin, die Erfüllung seines Traumes, die Saturn V-Mondrakete bereits in einer späten Mission 1971. Zum Werk von Werner von Braun und zu seiner Wirkung. Werner von Braun war in Deutschland in das System der NS-Zwangsarbeit eingebunden. Er war Mitglied der NSDAP seit 1937 und der SS seit 1933, was er lange verschwiegen hatte. Er distanzierte sich immer vom NS-Regime und seinem Denken, nahm aber die staatliche Unterstützung und die fördernden Umstände in Kauf für seine Ziele der zivilen Raumfahrt. Er machte sich leider mitschuldig, weil er gewusst haben muss, dass Zwangsarbeiter bei der Produktion in Peenemünde und im Harz mitarbeiteten und viele unter den schlechten Bedingungen auch starben. Auch die Amerikaner ignorierten das lange wenigstens, weil ihre Programme durch die deutschen Ingenieure wesentlich beschleunigt wurden. Meiner Meinung nach sollten wir nicht zu überheblich sein, weil wir Nachgeborenen nicht wissen, wie wir uns unter den Zeitumständen in einer Diktatur verhalten hätten. Wir sollten seine ambivalente Rolle im Kopf behalten, seine allzu neutrale Einstellung zu dem Regime missbilligen, das alte Dr. Faust-Dilemma, aber doch seine Lebensleistung insgesamt würdigen. So sieht ein moderner Raumfahrtbahnhof aus, Cape Canaveral in Florida, der Nachfolger von Peenemünde, auch hier auf dem flachen Land voneinander abgesetzte Startkomplexe mit Startrampen, Kontrollbedeuten und Zufahrtsstraßen. Das sind Amerikas Traumfahrthelden 1969 mit Armstrong, Collins und Aldrin, die den Traum von Werner von Braun verwirklicht haben und die Landung auf dem Mond durchgeführt haben. Das war mit den damaligen technischen Möglichkeiten keineswegs ganz sicher. Und das ist ihre Rakete, die Saturn V, die größte Rakete der Welt, damals die Mondrakete, 1969, in vielen Stufen weiterentwickelt aus der V2. So sieht es auf unserem treuen, aber auch grauen Trabanten aus. Der obere Teil ist wieder gestartet, der untere Teil steht heute noch da im Mondstaub. Zum Abschluss dieses Kapitels verweise ich auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi zudst. mit der V2 bei der v2 qui Basically Untertitelung des ZDF, 2020